es ist schleicherei auf den stachelbrücken wo der stachelbrücke auf der stachelbrücke ist nur eine ist nur eine brücke wo bist du noch hinter mir das bus funktioniert irgendwie nicht mehr micro micro gebrauch was das jetzt kommt aus dem licht raus ok kombination aus nicht gesehen werden und immer gesehen werden dann kommen die ganzen stacheln raus ja etwas ungeschickt geteilt aber da das ist wieder so eine ja das kann aber auch ganz schön scheiße enden mein schatz wenn ich mir eine stammattacke auf dich mach oder allgemeine stammattacke ok ok bisher noch kein stern da oben sehe ich einen wolfkarte ok ich gehe erst nach links und ja mit leichten verlusten ok da kannst du nur schweben oder? ok ja kannst aber lassen warum machst du nicht die blase? wenn ich das auch versuchen wollte also bin ich jetzt groß auch gut ok die rennen mit dir nach da und hüpfe hoch dann kannst du oben hinspringen guck mal wie optimal das geklappt hat genau so war es gedacht und auch das lief genau wie geplant und das ist auch genau der erste stern gewesen also das ist alles noch völlig im lot wo geht denn der schein scheinwerfer? ist da ach komm mal bruder komm mal ja noch wo so ich bin dich jo jo aber dann Spiegel machen ja du kannst du die waden hinsch jetzt wird es schnuggeliger wird man wieder ab und nur rennen können wenn da weiß okay dann wohl die macht wieso ich den ja wahrscheinlich so ein bisschen runterrutschen und ich komme einfach mal zu dir hoch und dann springe ich doch unter dann ist es noch nicht nach vorne wir haben aber auch nicht mehr so die zeit wir müssen jetzt weiter mann irgendwie aus dem tag gekommen die kaputt auf lauf auf nein nicht nicht mich totreißen wenn man sich hier drunter versteckt sind wir wieder weg sehr gut ich glaube wir schaffen das zeitlich nicht mehr das ist ja ein rätsel wie man das hier schaffen soll du bist ja immer gesehen okay aber jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr zeit weiter hatte schon ich hatte mir was dabei überlegt sind ziemlich das glückchen man dringend sind diese ok jetzt ist man endlich was das ist jetzt werde ich versuchen das zu holen indem ich das bringe darf ich nicht darf nicht wenn ich falle die blase machen und wir dann willst du uns hier hochlaufen einmal die wand ich hab ja bis hier im sprung naja du warst noch nicht ganz sicherheit dann bleibst du einfach hier und ich versuche mit dem weitsprung bis da drüben zu kommen ok wird dann ein bisschen schwieriger oh tschuldigung ne ein bisschen mehr aus dem weg gehen muss hier gerade ausrennen oh sehr geschickt nein ich habe gehofft ich komme schnell genug zurück ok nochmal das ganze macht ja auch spaß und weg und töten und nein scheiße letztes eins haben wir müssen hm dann bleibst du einfach hier unten schon fast soll ich da nicht runterrutschen nein bleib bitte da oben ja ok ja kannst auch mal wenn ich mich gerettet ist es auch nicht so schlimm weil dann kriegst du ja 10 glück ich mache dich innerhalb der nächsten zwölf nicht verlieren ne lass das machen hm ach ne jetzt zieht sich nicht mit ich hatte gehofft wenn ich jetzt rein renne dann ziehe ich dich auch schon daher aber oh was ist hier los? fängt irgendwie fest klingt an den stacheln fest genau komm nun mal nach hier ok ich sollte vielleicht du bist nee das geht mal nicht ey du sollst mich nicht du dich einfach oben drauf stellen und da ausspringen wo hast du anlaufen ne ein ganz kleines bisschen ja du musst auch du musst vom rand da weg ich konnte sonst aus der blasen nicht raus ohne in die stacheln zu fallen das hat sich runter stellen ich komme noch mit das ist überhaupt nicht mehr runter ich kann verpassen nicht zusammen mit deinem block das ist egal jetzt so entschuldigen jetzt einfach jetzt versuche ich da drüben rüber zu bringen so ich weiß ja nicht irgendwo bist du denn sicher jetzt jetzt war vorsicht ja dann sind wir da drauf und dann wird sie da lustig ok 1 2 3 ok ich bin schon mal tot oh was bin doch gar nicht wieder da kann doch nicht wieder getroffen werden oh also optimal ok Okay, hüpft. Soll ich runter? Ja, ja. Ja, wir müssen ja irgendwie in den Sternchen. Kommst du? Gut. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Der muss mit der Blase, der ist unter dem Block. Den musst du eigentlich haben, oder? Nein, den würde ich dir geben. Scheiße. Oh nein. Ah, kacke. Ich hätte direkt rennen müssen. Die Kamera geht nicht weit genug weg. Dann wirst du dann automatisch hinterhergezogen. Aber ich wollte nicht, dass du hinterhergezogen wirst. In den Tod. Ja, nimm das Blöckchen. Alles gut. Das ist voll im Griff. Ich wollte jetzt einfach einmal zeigen, wie man das richtig macht. Wenn ich nicht mich vor. Ja. Das ist einfach einen Schatten. Ich würde jetzt kurz nachher der Blase hochschauen wollen. Ja, jetzt direkt den Lchen. Nach der Blase hochschauenhighbekommen. Dann wirst du jetzt kommen. Ich weiß hier nicht, wo ich treffe oder wo auch. Komm bitte schnell raus. Nein! Komm wieder, komm wieder, komm wieder, komm wieder! Mario! Alter! Ich bin mal schnell nach Ziel gesprungen, ne? Ja. Okay, jetzt warte ich noch in Ruhe, bis du da bist. Jo, dann nehme ich dich hier hoch und versuche die lebendig da hochzubringen. Okay, nein, kickback von der Fahne. Besser ist, wenn ich groß bin, weil dann kann ich den einen Treffer ab. Oh! Oder so. Zur Not auch so. Kommt nicht in die Top 10 unserer Lieblingslevel. Nein. Genitiv 9. Ja, nur knapp. Nein. Nein? Genitiv 9. Oh, noch eins. Oh, das sieht aber sympathisch aus. Bis zum nächsten Mal.